Das folgende Video ist ein bisschen länger geworden und zwar beschreibt es die fünf Schritte, die man im Grunde genommen gehen muss, bevor man eine digitale Werbeanzeige schalten kann. Und für diejenigen unter euch, die einfach mal wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, was ihr beachten müsst, was ihr vorher beachten müsst, was ihr beachten müsst, während ihr die Werbung schaltet, was man vor allem nicht tun sollte, welche Werbung funktioniert, welche Angebote, in welcher Reihenfolge man sich Gedanken machen muss, welche Bilder und Videos funktionieren, was nicht funktioniert. Und wo vor allem die Krux ist, wenn man tatsächlich überhaupt mal angefangen hat, Werbung zu schalten, dann ist das Video das Richtige für euch, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang, das Ganze ist unterteilt in eben die fünf Schritte. Ich habe euch unten in die Leiste, wo man quasi das Video vorspulen kann, Schritte eingebaut. Das heißt, ihr könnt auf den ersten Blick sehen, an welchem Schritt es an welcher Minute weitergeht. Viel Spaß damit. Wenn man sich als Betreiber von einem Fitness- oder Beautystudio entschieden hat, Marketing zu machen, dann ist das allererste, über was man sich Gedanken machen muss. Nicht, welche Zielgruppe habe ich, also wen spreche ich an, sondern vielmehr, welches Angebot will ich nehmen, um das als Headline oder als Kampagne quasi in den Markt zu streuen. Es macht nämlich keinen Sinn, sich über die Zielgruppe Gedanken zu machen, wenn man ohnehin im Grunde genommen ein Angebot hat, was bei den meisten für alle interessant ist. Also sprich das Thema Schönheit oder Abnehmen, das kommt im Grunde genommen für jeden in Frage. Und jetzt ist man so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite gibt es ja diesen bekannten Marketing-Spruch, wenn man für alle da ist, dann ist man für keinen da. Auf der anderen Seite möchte man möglichst viele Leute erreichen und hat im Grunde genommen auch mit dem Thema Schönheit, Beauty, Abnehmen und Körperformung und so weiter. Da hat man einfach ein Massenprodukt, das heißt, es ist im Grunde genommen für jeden, ja, kommt es in Frage, das Angebot ist im Grunde für jeden da. Ja, und deswegen sollte man sich eben als erstes nicht über die Zielgruppe Gedanken machen, sondern man sollte einfach mit dem arbeiten, was man hat. Die meisten Inhaber von Fitnessstudios oder Betreiber von Fitnessstudios, die kommen ja jetzt nicht, die sprießen jetzt nicht einfach so wie ein Pilz aus der Erde, sondern es gibt im Grunde genommen zumindest heutzutage noch zwei Arten. Entweder man übernimmt ein bestehendes Konzept, das heißt also, man kauft ein Fitnessstudio auf und hat dann eh, ja, irgendwie Bestandsgeräte, Bestandsstudio, Bestandsmitglieder, mit denen man arbeiten kann oder man macht ein neues auf und das passiert aber heutzutage fast nur noch ausschließlich mit irgendwelchen Franchise- oder Lizenzkonzepten. Das heißt also, auch da ist im Grunde vorgegeben, ja, wie das Ding aussieht, was da drin ist und welche Zielgruppe ihr damit ansprecht, ja, nämlich die Zielgruppe, für die dieses Konzept ohnehin interessant ist, ja. Ob das jetzt ein EMS-Studio ist, die einen sind grün, die anderen sind rot, die anderen sind blau, ja, oder türkis, wie auch immer am Ende des Tages ist alles EMS-Training. Genauso bei Discount-Konzepten für Fitness, die einen sind rot, die anderen sind blau und am Ende des Tages entscheidet, ja, der Interessent oder der Nutzer, meistens aufgrund der lokalen Gegebenheiten, um ehrlich zu sein, am Ende des Tages in welches Fitnessstudio er auch geht, ja. Bei Beauty ist es ebenso, ja, man entscheidet sich vorher irgendwelche Gerätschaften zu kaufen oder irgendwelche Angebote zu machen und dann erst, ja, kann man gucken, an wen spiele ich dieses Angebot oder wen suche ich mir raus, ja. Deswegen ist der erste Schritt, zu arbeiten mit dem, was man hat, man macht, muss ich ein Angebot, ja, oder eine Kampagne raussuchen, die einfach gut funktioniert. Und da ist es so, dass es am schlechtesten funktioniert, wenn man einfach konventionelles Fitness bewirbt. Wenn du also Betreiber von einem Fitnessstudio bist, der im Grunde genommen, ich sage mal, Oldschool-Pumpen anbietet, ja, es gibt also Geräte, an denen man in irgendeiner Art und Weise Kraft- oder Muskeltraining machen kann, es gibt vielleicht noch ein paar Freihandeln und wenn du Glück hast, hast du noch eine Sauna, dann bist du marketingtechnisch am schlechtesten ausgestattet, ja. Warum? Einfach, weil konventionelles Fitness zu bewerben, ja, also ein normales Probetraining anzubieten für Muskeltraining, ja, für Sachen, wo man sich bewegen muss, ja, also im Grunde genommen richtiges Training, dann ist es marketingtechnisch ziemlich mies, das interessiert nämlich keinen, ja, also es gibt Angebote wie Sand am Meer und da muss man so ein bisschen drumherum denken, um das überhaupt noch zu bewerben. So, das ist mal Punkt Nummer eins und wenn du das jetzt siehst, dann mach dir lieber Gedanken darüber, was du sonst noch beispielsweise an Nebenangeboten in dein Studium reinnehmen kannst, um dein Angebot zu verbreitern und einfach mehr Sachen drin zu haben, für die das Marketing einfach deutlich besser funktioniert und mit diesen Sachen kannst du dann aus Erfahrung auch einfach, ja, so quasi quer verkaufen in die normalen Fitnessstudio-Mitgliedschaften rein. So, das mal dazu. Wie sieht jetzt aber ein gutes Angebot aus, ja, also mit welchem Angebot kann ich tatsächlich gutes Marketing machen, mit welchem, mit gutem Marketing meine ich, dass tatsächlich auch Leads generiert werden und das Marketingbudget nicht dafür verschwendet wird, dass, ja, ein paar Werbeanzeigen an irgendwelche Leute ausgestrahlt werden im Internet, aber du am Ende des Tages keine Kontakte hast und, ja, nichts zum Terminieren, nichts zum Abschließen, sondern, man, du warst halt mal sichtbar, aber das war's. So, wenn man jetzt anfängt Fitness oder, ja, sagen wir mal, die Sparte Fitness zu bewerben, ja, mit Sparte Fitness meine ich, es gibt ein Angebot, bei dem sich der Interessent bewegen muss, um ein Ergebnis zu erreichen, dann muss man das immer so ein bisschen produktisieren, das Angebot. Das heißt, man muss dem Interessent etwas mitgeben, was für ihn greifbar ist, was einfach zu verstehen ist und wofür die Hürde, sich einzutragen, sehr niedrig gewählt ist, was auf der gleichen Seite aber ein sehr konkretes Angebot ist und einfach auch kommuniziert, worum es geht. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, ja, egal, ob du jetzt Fitness, EMS, Crossfit, Function oder sonstiges bewirbst, das Schema ist immer das gleiche. Du brauchst, Punkt Nummer 1, einen Zeitraum, du brauchst eine klare Zielvorgabe, also für was ist das, was du anbietest, geeignet. Gerne kannst du auch noch quasi die Trainingsart an sich selber mit reinnehmen als Begriff und zum Schluss muss das Ganze in irgendeiner Art ein abgeschlossenes Paket, Programm oder sonstiges sein. Ich nenne euch mal ein Beispiel, ja, vier Wochen, das wäre die Zeit, EMS, das wäre die Trainingsart, Figur, ja, das wäre das Ziel oder worum es geht, Programm. Vier Wochen EMS-Figurprogramm, ja. Völliges Klassikerangebot, funktioniert aber immer noch gut und ob man daraus jetzt vier, sechs, acht Wochen EMS-Figurprogramm macht, ob man daraus einen 28-Tage-EMS-Rückenkurs macht, ja, also ihr kennt schon das Schema, das sind so klassische Angebote. Und dieses Schema funktioniert immer, weil das ist ein abgeschlossener Zeitraum, man gibt den Leuten mit, mit welcher Trainingsart auf welches Ziel man hin trainieren will und das Ganze ist irgendwie, ja, ein Paket und produktisiert. Das ist greifbar für die Leute, das checken die sofort und man trägt sich dafür einfach sehr gerne ein. Das mal zum Thema Fitness, ja. Also Fitness heißt bei mir jetzt in diesem Video, man muss sich bewegen, um ein körperliches Ziel X zu erreichen. Es gibt aber mittlerweile noch viele andere, weitere Angebote, die deutlich besser noch funktionieren, als das, was ich gerade noch genannt habe, nämlich im Bereich Beauty. Im Bereich Beauty ist es so, dass, oder mit Beauty muss ich erstmal anders anfangen, sowas könnt ihr auch gerne ins Fitnessstudio reinstellen. Beauty bedeutet nicht, dass ihr Wimpernverlängerungen oder sowas macht, unter Beauty verstehe ich jetzt in diesem Video, dass es Anwendungen gibt, die suggerieren, dass man im Liegen oder ohne Aufwand in irgendeiner Art und Weise Gewichtsverlust haben kann oder Umfang reduzieren kann. Das meine ich mit, das geht halt einfach mehr in Richtung Beauty. Das hat meiner Meinung nach mit Sport nichts mehr zu tun, sondern es geht darum, dass man halt sich hinlegt, dann wird man in irgendeiner Art und Weise behandelt mit einem Gerät oder einer Gerätschaft und dann wird dadurch, dass das Gerät quasi die Arbeit verrichtet, bekommt man ein Ziel. Und da, es ist ziemlich einfach Werbung zu schalten, ja, und auch sehr, da kann man sehr direkt Werbung schalten und diese direkte Werbung, die ist auch nicht, die lutscht sich auch nicht aus, ja, sondern die kann man einfach laufen lassen. Man geht nämlich bei solchen Sachen, wie beispielsweise einer EMP-Behandlung, ja, das wäre, wenn man quasi so, wie so Platten auflegt, sage ich jetzt mal und dadurch quasi Strom induziert wird und dadurch der Muskel arbeitet, da geht man einfach auf eine Kennenlernbehandlung. Punkt. Das war's, ja. Also, wird aber nur gut, weil man eben dieses starke Versprechen hat, ja, also, dass man damit werben kann, dass man im Grunde genommen im Liegen abnimmt, ja. Da gibt es ja auch das Franchise-Konzept Abnehmen im Liegen, funktioniert bestens und wunderbar zu bewerben, wenn man weiß, wie, ja, weil diese Angebote oder die Claims, die Headlines, die man da hat, ja, dass man im Liegen abnimmt oder Umfang reduziert, die sind schon wieder so stark, da gibt es so viele Leads und da muss man durch den Prozess selber, also durch den Marketingprozess schon, muss man schon aussortieren, wen man eigentlich haben will. Das heißt, es gibt so viele Leads, ja, dass man da halt auch ziemlich viele Leads bekommt, die man nicht haben will, das sind am Ende des Tages einfach die Leute, für die diese Angebote zu teuer sind und da muss man den Marketingprozess so gestalten, dass man nur Leute bekommt, die den Preis vorher schon wissen. Das heißt, Leute, mit anderen Worten, Leads oder Kontakte, die bei dir dann landen als Studieninhaber, die wissen schon den Preis, die haben vorher den Preis gesehen, die sind schon vorinformiert, welche Vorteile die Technologie hat, die buchen sich am besten selber bei dir noch einen Termin, als eigenem Antrieb raus, haben die sich also noch verbindlich auf einen Termin bei dir committed und dann werden diese Leads richtig gut und die kann man alle abschließen. Das mal so zum Thema. Es gibt noch ein paar Kampagnen, die funktionieren überhaupt gar nicht, die fasse ich auch nochmal in dieses Video mit zusammen zum Thema Angebot. Tag der offenen Tür funktioniert nicht, was funktioniert noch nicht? Preis-Kampagnen, im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, alles, wo man Preise nennt, wo aber das Versprechen zu schwach ist. Im Grunde genommen, wenn du ein Fitnessstudio hast und sagst, die nächsten neun Wochen kannst du für neun Euro die Woche trainieren, dann brauchst du das gar nicht bewerben, es interessiert keinen. Nur mal als Beispiel. Das gleiche gilt für Rabattaktionen, das gleiche gilt für trainiere jetzt und zahle erst im sonst wo. Also, Black Friday-Aktionen könnt ihr euch sparen, bringt gar nichts. Man denkt immer, das ist der, ja, Black Friday ist der Tag des Jahres, wo ich unbedingt auch noch mein Angebot unter die Leute bringen muss. Da werde ich noch ein separates Video dazu machen, warum das eben nicht funktioniert. In diesem Video mal nur dazu, spart euch das Geld. Und sämtliche Kampagnen, die, ja, unaussagekräftig sind. Ja, beispielsweise ein Pink Friday, ja, wo irgendeine Abwandlung von Black Friday, wo man, ja, halt quasi auf dieser Welle weiterschwimmen will. Alles, was unaussagekräftig ist, alles, wo nicht auf den ersten Blick hervorgeht, um was es geht, was hier beworben wird und warum ich mich als Interessent eintragen sollte, könnt ihr vergessen. Braucht ihr nicht bewerben, wird nur dazu führen, dass ihr, ja, am Ende des Tages euer Geld, wie man so schön sagt, verbrennt, ihr aber keine Leads bekommt. Das mal zu diesem Video, ja, Punkt Nummer 1, wenn ihr euch Gedanken macht, ja, Marketing zu schalten, ist eben nicht die Zielgruppe, ja, nicht wen wollt ihr erreichen, sondern was habt ihr, welches Angebot habt ihr und wie sieht die Headline, wie sieht die Kampagne aus, der Claim, mit dem ihr rausgeht, weil wenn ihr nicht wisst, was funktioniert, dann, ja, fangt ihr an rumzuprobieren und es kommen keine Leads bei rum, deswegen nehmt lieber das, was funktioniert. Wie im ersten Video bereits erwähnt, ist es viel wichtiger, sich Gedanken über die richtige Kampagne zu machen, ja, also welche Kampagne, welche Headline, welches Angebot möchte ich tatsächlich als Werbeanzeige schalten, als sich großartig darüber in Gedanken zu verlieren, wer denn eure Zielgruppe ist. Und die Begründung ist relativ einfach und zwar die Leute, die ihr erreichen wollt, in der Regel zahlen irgendeinen Monatsbeitrag, der sich bewegt, in der Regel zwischen 50 und vielleicht 100 Euro, ja, mit 100 Euro sind wir schon an der oberen Range der meisten Angebote. Manche zahlen mehr, ja, im Bereich Beauty sind das so Paketpreise von teilweise mehreren 100 Euro, aber wenn man es mal auf einen 12-Monats-Vertrag quasi, ja, ausbreitet und rechnet, sind es auch irgendwie so 70, 80 Euro im Monat oder, ja, so 20, 30 Euro pro Behandlung, wie auch immer. Folgendes will ich damit sagen, ja, Leute, die diese Preise bezahlen können, findet ihr wie Sand am Meer. Das ist kein besonders hochpreisiges Angebot und das wiederum heißt, dass die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt, die ist riesig, ja, ihr habt ein Massenangebot und deswegen bringt es nichts, sich jetzt hinzusetzen auf einem weißen Blatt Papier, ganz im Detail zu schauen, ist mein Zielkunde oder mein Avatar oder wie auch immer das im Marketing gelehrt wird, ist er jetzt männlich, weiblich, zwischen 30 und 35, hat er studiert, welches Nettoeinkommen und so weiter hat er. Am Ende des Tages, ja, sind diese Kaufentscheidungen, die in diesen Preisbereichen gefällt werden, die sind immer emotional und da geht es nicht darum, ob die Leute das Geld jetzt tatsächlich zur Verfügung haben, wie beispielsweise im Angebot, was jetzt mehrere tausend Euro kostet, sondern es geht einfach darum, dass ihr möglichst viele Leute, also möglichst viele Kontakte bekommt und dann mit eurem eigenen, ja, Business-Modell einfach ausfiltert, ja, das bedeutet, ihr wollt möglichst viele Kontakte haben, für die euer Angebot generell in Frage kommt und dann müsst ihr vorqualifizieren, ihr müsst terminieren und dann hinten ran was verkaufen und so filtert sich quasi aus dieser Zielgruppe, aus diesen vielen Kontakten, kommen die wenigen bei raus, die dann tatsächlich für euch geeignet sind. Um nochmal konkret darauf einzugehen, wie wähle ich jetzt meine Zielgruppe aus oder wer ist eure Zielgruppe, das lasst ihr einfach das Werbenetzwerk machen, ja. Wenn ihr Werbung schaltet auf Facebook, Instagram, Google oder YouTube, dann ist es so, dass man zwar mit zig verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten auswählen kann, welche Leute ihr jetzt am Ende des Tages wirklich erreichen wollt mit euren Werbeanzeigen, aber wenn ihr das richtige Angebot habt, dann lasst es relativ breit, die meisten von euch schalten ohnehin nur lokale Werbung, das grenzt die reine Größe der Zielgruppe bei den meisten schon mal sehr stark ein, wenn ihr nicht urban unterwegs seid, sondern beispielsweise auf dem Land. Da braucht ihr gar nichts eingrenzen, weil die Zielgruppe eh so klein ist, dass es sich nicht lohnt, da jetzt noch großartig Ausschlusskriterien hinzuzufügen. Deswegen lasst es möglichst relativ breit, ja. Wie genau das funktioniert, sehen wir noch in einem anderen Teil des Videos. Da gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein, wie das in der Praxis aussieht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst einfach das Werbenetzwerk, die Zielgruppe auswählen. Wenn ihr ein gutes Angebot habt, einen guten Werbetext, das passt, ja, und das einfach erwiesenermaßen funktioniert, dann wird das, die Kombination aus diesen beiden Sachen dafür sorgen, dass die Plattform Facebook oder Instagram die Anzeigen ohnehin an die richtigen Leute, also auch an die richtige Zielgruppe ausspielt. Wir wissen jetzt, wie ein gutes Angebot aussieht, das auch tatsächlich funktioniert und Leads generiert. Und wir wissen auch, dass die Zielgruppe im Grunde genommen einfach vom Werbenetzwerk am Ende des Tages ausgewählt wird. Und jetzt braucht man noch gutes Bild- oder Videomaterial. Und das sieht folgendermaßen aus. Gutes Bild- oder Videomaterial sieht so aus, dass der Interessent, also derjenige, an dem die Werbung ausgestrahlt wird, auf den ersten Blick erkennt, um was es geht. Und da ist vor allem ein Kriterium wichtig, es müssen Menschen auf diesem Bild sein. Was nicht funktioniert, egal wie schön euer Studio aussieht, egal wie neu es ist, egal wie top renoviert das Ganze gerade ist, ein leeres Studio, wo keine Menschen trainieren. Das kann noch so hochwertig aussehen, die Geräte, die können von, das können die teuersten Geräte sein, Gold überzogen. Es wird nicht funktionieren, wenn keine Menschen auf dem Bild zu sehen sind, die trainieren. Oder keine Menschen, die in irgendeiner Art und Weise behandelt werden, wenn wir das Thema Beauty jetzt nochmal aufgreifen. Und da ist wichtig, wenn ihr Bild- oder Videomaterial habt, erstens mal, dass Menschen drauf sind, im Idealfall möglichst viele. Es lassen sich nämlich Kurse beispielsweise deutlich besser bewerben, als einfach nur betreutes Gerätetraining oder sowas, wo halt ein Mensch allein trainiert. Menschen wollen immer zusammen irgendwelche Sachen machen, deswegen sind Bilder, wo viele Leute drauf sind, von einem Kursraum beispielsweise. Was sehr gut funktioniert übrigens, sind die Jumping-Kurse aktuell. Wenn ihr da Material habt, nehmt das auf jeden Fall, funktioniert Bombe. Es müssen möglichst viele Menschen drauf sein. und im Idealfall machen alle diese Menschen, wenn wir jetzt mal zum Thema Video rübergehen, eine Bewegung gleichzeitig. Das fällt super krass ins Auge und das wiederum bedingt, dass das im Newsfeed hängen bleibt. Wenn ihr jetzt irgendwie also durchscrollt auf eurem Handy und seht diese Werbeanzeige, wo super viele Leute gerade irgendwie parallel eine Bewegung machen, ob die jetzt auf so einem Trampolin rumspringen, ob die Kniebeugen machen, Burpees oder sonstiges, das tut nichts zur Sache im Grunde genommen. Es geht einfach nur darum, dass so dieser Social-Bruf-Effekt einfach auftritt und der sorgt dafür, dass es auf der einen Seite hängen bleibt, man guckt es sich an dann als Interessent und auf der anderen Seite ist es so, dass man halt direkt sieht, hey, da ist was los, da gehen auch andere Leute hin, die haben alle Spaß, die machen irgendwelche Bewegungen, Übungen oder Kurse zusammen und da hat man selber auch direkt Bock hinzugehen. Wenn man jetzt keine Kurse hat oder nichts in der Form in irgendeiner Art und Weise anbietet, dann kann man sich im Grunde genommen an folgenden Rahmen halten, nämlich wenn ihr eine Beauty-Behandlung habt, da ist es auch relativ einfach, das ist jetzt unspektakulär, was das Bildmaterial angeht, da herrscht keine Bewegung, sondern es werden im Grunde genommen Pads aufgelegt oder Sonstiges, da macht es Sinn, dass ihr einfach mal in einem kurzen Video zeigt, wie diese Behandlung abläuft oder wie grundsätzlich so diese, was passiert, wenn ich bei euch die Tür reinkomme. Ja, da werde ich begrüßt, dann gibt es vielleicht ein kurzes Beratungsgespräch, danach wird entsprechend die Behandlung angefangen, diese Pads werden angelegt, zum Schluss werde ich nett verabschiedet und ich stehe vielleicht noch mal vor dem Spiegel und grinse dann, weil ich schon direkt auch Erfolge gesehen habe. Das ist so ein Framework, was ihr anwenden könnt, wenn ihr Beauty-Behandlungen habt. Alles andere ist im Grunde genommen relativ actiongepackt, sage ich jetzt mal, vom Video- oder Bildmaterial her, wenn ihr Fitness bewerben wollt, gerade Kurse, ja, möglichst viele Leute, alle machen gleichzeitig eine Bewegung, wenn ihr Fitness bewerben wollt, dann sollte in irgendeiner Art und Weise zu sehen sein, dass jemand trainiert und vielleicht noch von einer anderen, in irgendeiner Art und Weise Autoritätsperson, von einem Trainer beispielsweise, irgendwie angeleitet wird, ja, also dass derjenige korrigiert wird oder sowas, ja. Klassiker beim EMS-Training sind ja hier, ja, die Klassiker, dass man hier den da macht oder dass man irgendwie die Kniebeuge macht und so weiter und da sollte auf jeden Fall noch irgendwie ein Coach zu sehen sein, der den, der den zu Coachenden in irgendeiner Art und Weise korrigiert, so dass auf den ersten Blick klar wird, aha, da geht es um angeleitetes Training und ich werde hier betreut. Das sind die Kriterien für gutes Bild- oder Videomaterial. Alles andere ist jetzt eine Detailfrage, ja, müsste man sich ansehen, ob das funktioniert, aber das waren die Kriterien, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ihr gute Leads generieren werdet, die auch vorher schon eine Vorstellung davon haben, um was es geht, die wissen, für was sie sich eingetragen haben, beziehungsweise es wird dafür sorgen, dass sich überhaupt Leads eintragen. Alles andere hat aus Erfahrung eher schlecht bis gar nicht funktioniert. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Emotionen, ja, das Video- oder das Bildmaterial in der Lage ist, rüberzubringen, desto besser wird es funktionieren. Das mit anderen Worten heißt auch, ja, je professioneller das Videomaterial oder Bildmaterial ist, desto besser wird es hinten raus auch funktionieren. Das muss kein Ausschlusskriterium dafür sein, dass ihr nicht selber auch eigenes, authentisches Material machen könnt, aber ihr solltet wenigstens so ein paar Basic-Video- oder Bild-Skills haben, in Anführungsstrichen, also so ein wenigstens ein kleines Grundverständnis dafür, welche Bildkomposition, ja, oder was auf einem Bild oder Video halbwegs gut aussieht und dann könnt ihr es irgendwie zusammenpacken und in eine Art Video verwursten, ja, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn man sich für ein gutes Angebot entschieden hat und auch noch ein cooles Creative dazu hat, also sprich ein Video oder ein Bild, dann geht es jetzt ans Eingemachte und zwar ans Schalten der Werbeanzeige selber. Ich kann und will in diesem Video nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach weil es sonst viel zu lang werden würde. Wir gehen aber mal die grundsätzlichen Steps durch, die notwendig sind, um eine digitale Werbung auf eine Plattform wie Facebook oder Instagram zu schalten und vor allem auch, ja, die Fallstrecke, ja, was man nicht tun sollte. Wenn man jetzt alles zusammen hat, dann muss man sich zunächst erstmal entscheiden, was ist überhaupt das Kampagnenziel, ja, also welche Art von Werbung möchte ich schalten, welches Ziel soll damit verfolgt werden und das ist in unserem Fall natürlich Leads. Wir wollen Leads, nämlich Kontakte generieren. Was man auf keinen Fall tun sollte, weil es nur dazu führt, dass man keine Leads bekommt und sein Geld verschwendet, ist einen Beitrag zu bewerben, ja, also der Klassiker, man postet irgendwas bei Facebook und dann schlägt einem natürlich Facebook direkt unten vor, dass man diesen Beitrag bewerben soll über diesen kleinen blauen Button. Tut das nicht, ja, das führt nur dazu, dass die Reichweite an Personen verteilt wird, auch eure bezahlte Reichweite wird an Personen rausgehen, die ihr nicht haben wollt, ja, das sind, ja, lange Rede, kurzer Sinn, macht das einfach nicht, ihr müsst über den Werbeanzeigenmanager das Ganze machen, um die Zielgruppe richtig auszuwählen. So, Punkt Nummer 1 ist also, die Kampagne auszuwählen und da wählt man aus Leads, ja, nicht irgendwie Linkklicks, keine Beitragsinteraktionen, man möchte auch keine Reichweite erzielen, ihr möchtet Leads. Das ist ein typischer Fehler, der immer mal wieder gemacht wird, wir haben ja Zugriff auf viele Werbekonten und was ich da drin immer mal wieder sehe, dass Linkklick-Kampagnen geschaltet werden, ja, also sprich, das Ziel der Kampagne ist es, Linkklicks zu generieren. Und getreu dem Motto, you get what you pay for, ist es auch so, dass ihr dann halt auch nur Linkklicks bekommt. Und einige davon werden sich eintragen, aber das werden es erstens sehr wenige sein und zweitens die falschen Personen, weil es gibt im Internet einfach unglaublich viele Menschen, die einen flach unglaublich gerne auf alles klicken, was so durch den Newsfeed irgendwie, ja, geschickt wird. Facebook weiß das und schickt diesen Leuten eben, naja, eine Anzeige raus, die für Linkklicks optimiert ist, weil diese Leute eben gerne klicken. Ihr wollt also Leads, das mal zur Kampagne, ja. Auf Kampagnen eben bekommt ihr auch gerne noch das Budget wählen. Da solltet ihr mindestens 10 Euro pro Tag wählen. Das kommt auf die Art der Kampagne an, die ihr schaltet, ja, aber alles unter 10 Euro ist ein Tropfen auf den heißen Stein und könnt ihr euch im Grunde genommen sparen. Als nächstes müsst ihr auswählen, an wen soll denn die Kampagne ausgespielt werden, ja, auf Ebene der Anzeigengruppe. Das heißt also, ihr wählt einen Umkreis aus, ihr wählt ein Alter aus und ihr wählt noch aus, ihr könnt noch vorauswählen, bestimmte Interessens-Targetierung, obwohl das wie im ersten oder zweiten Video gesagt bereits wenig Sinn macht, ja. Beim Umkreis müsst ihr einfach gucken, was für euch Sinn macht, ja. Wenn ihr einen Umkreis zu groß wählt, dann kann es halt sein, dass die Leute nicht kommen, weil sie einfach zu weit weg wohnen. Wählt ihr ihn zu klein, kann es sein, dass die Zielgruppe zu klein ist. Man muss also so ein bisschen den Sweet Spot finden, was das anbelangt. Beim Alter rate ich euch, nicht ab 18 zu wählen. Aus dem einfachen Grund, ja, dass Leute ab 18, die sind oft noch in der Schule, vielleicht Studenten, ähm, aber machen, vielleicht machen die eine Ausbildung, ja, die können es sich dann leisten, aber lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich euer Angebot leisten können, steigt, ähm, mit dem Alter, ja, weil die Leute einfach in der Regel dann, äh, auch was arbeiten und ein geregeltes Einkommen haben. Das heißt also, bei EMS ungefähr, ja, also je höher die Durchschnittsbeiträge werden, desto eher solltet ihr ein bisschen, ähm, höher mit dem Alter gehen. Jetzt werde ich hier von der Sonne beleuchtet, gehen wir ein Stück weiter rüber. So, fangt so ab 23 an, ja, 24 vielleicht müsst ihr austesten. Das macht ihr auf Ebene der Anzeigengruppe. Ansonsten kann man da wenig falsch machen, ja, ähm, ihr solltet nicht anfangen, irgendwie rumzuexperimentieren, was die Interessentargetierung oder sowas angeht. Deswegen haltet es breit und schaltet eben auf, ähm, auf eine relativ breite Zielgruppe. In Kombination mit einem richtigen Angebot und einem guten Werbetext werdet ihr gute Ergebnisse erzielen. Als nächstes, ja, muss natürlich die Werbeanzeige selber gestaltet werden. Bild und Video habt ihr euch schon rausgesucht. Ihr braucht nur einen vernünftigen Werbetext. Es wäre jetzt zu weit gegriffen, wenn ich noch über das Werbetexten philosophieren würde. Wichtig ist einfach, dass ihr, ähm, ja, das Angebot klar beschreibt, dass ihr so ein paar Schmerzpunkte, sage ich mal, der Zielgruppe mit in euren Werbetext mit aufnehmt. Beschreibt, wie euer Angebot diesen Schmerz lösen kann und am Ende des Tages noch ein Call to Action schreibt. Also sprich, trag dich ein, ja, ja, Call to Action ist eine Handlungsaufforderung. So sieht ein guter Werbetext aus, ja. Seid ein bisschen kreativ an der Stelle einfach. So, wenn ihr das alles habt, sag ich mal, drückt hier ganz einfach gesagt auf Veröffentlichen und, ähm, habt eure Werbeanzeige geschaltet. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass ihr der ganzen Sache ein bisschen Zeit gebt, ja, und, ähm, halt, dass ihr die Werbeanzeige laufen lasst und Daten aggregieren lasst, dass Klicks aggregiert werden, dass, ähm, Leute auf die Landingpage gehen, dass sich Leute eintragen, dass Leute vielleicht Termine buchen, dass also Facebook in der Lage ist und einfach auch ein bisschen Zeit bekommt, Daten anzusammeln, um mitzulernen, was denn jetzt gut funktioniert, ja. Das ist der Prozess, den ich beschrieben habe, in, ähm, Teil Nummero zwei, wo einfach das Werbennetzwerk selber mitlernt und euch im Grunde genommen die Arbeit abnimmt, äh, großartig rauszusuchen, wer ist denn jetzt meine Zielgruppe. Weil die ganzen Daten, die da aggregiert werden, die werden natürlich im Hintergrund irgendwie ausgewertet von irgendwelchen Algorithmen und die sorgen dafür, dass die richtigen Leute am Anfang die Werbeanzeige ausgespielt bekommen und die sorgt vor allem auch dafür, dass wenn sich ein paar Leute eingetragen haben in die Werbeanzeige, dass immer wieder geeigneteren oder ähnlicheren Leuten, wie die Leute, die ihr schon gesammelt habt als Leads, dass genau diesen Leuten auch die Werbeanzeige immer wieder ausgespielt wird und so ihr eure Zielgruppe im Grunde genommen selbstständig aufbaut, die Werbeanzeige immer besser wird, konstante Ergebnisse bringt und auch die Qualität der Leads hinten raus einfach steigt. Erstmal herzlichen Glückwunsch und Dankeschön, dass du das Video überhaupt bis zu diesem Teil geguckt hast. Jetzt, wo du es geschafft hast, Werbeanzeigen zu schalten, muss mit diesen ganzen Leads, die du darüber generierst, natürlich auch irgendwas gemacht werden. Das ist die Frage Nummer eins. Wo kommen all die Leads hin? Die Leads, die du sammelst, die Kontakte, die müssen in irgendeiner Art und Weise systematisch gesammelt werden, in irgendeiner Liste und diese Liste, die muss auch einen bestimmten Aufbau haben, damit du da einfach ein System hast, mit dem du arbeiten kannst. Du brauchst Punkt Nummer eins nicht nur eine Spalte in deiner Liste für Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, sondern du brauchst vor allem auch eine Spalte für einen gewissen Lead-Status, den du hast. Also der Kontakt, der reinkommt, der hat einen gewissen Zustand, sage ich jetzt mal. Wenn ein Kontakt neu reinkommt und nicht von dir kontaktiert wurde, dann ist das beispielsweise ein Lead ohne Termin. Dann rufst du den an, hast du einen Termin gemacht, dann ist der auf Termin gebucht, dann schließt du den ab und der wird zum Kunden. Und auf die Art und Weise mit dieser Markierung oder mit diesem Tagging, wie man so schön sagt, stellst du sicher, dass du den Überblick über deine Leads behältst. Was machst du jetzt aber genau mit den Leads? Wenn die reinkommen, ich habe es eben schon gesagt, dann musst du die auf jeden Fall anrufen, kontaktieren und mit denen einen Termin machen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, im Laufe des Marketingprozesses vorher den Leuten anzubieten, selber einen Termin zu buchen und der landet dann bei euch in der Liste. Aber das setze ich jetzt an der Stelle einfach mal nicht voraus. Ihr müsst die Leute anrufen und kontaktieren und einen Termin machen. Denn auch nicht alle Leute, die sich eintragen und die sich über so ein Kalendersystem hätten eintragen können, nicht alle tun das. Das macht höchstens die Hälfte beispielsweise. Das heißt, die andere Hälfte der Leads müsst ihr eh noch anrufen. Ihr müsst also zielsicher terminieren können und im Idealfall in diesem Terminierungsgespräch auch noch ein bisschen vorqualifizieren. Vorqualifizieren im Sinne von, sind die Leute wirklich gut, also meinen die es ernst. Ja, und das findet man raus, indem man eben einfach so ein paar Fragen stellt, welche Motivation sie haben, warum sie sich eingetragen haben, warum gerade jetzt. Ja, das sind alles Fragen, die ihr stellen solltet im Terminierungs- oder Qualifizierungsgespräch, um zu gucken, ob es die Personen, die Interessenten, ob die wirklich abnehmen wollen. Ja, ob die wirklich jetzt auch wirklich was mit euch machen wollen. Wenn das der Fall ist, dann terminiert sie. Ja, sprich, bietet ihnen einen Termin an für ein Probetraining, eine Kennenlernbehandlung und sichert dann auch, wenn ihr das gemacht habt, diese Termine ab. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ja, man kann sie beispielsweise einfach nochmal telefonisch kontaktieren, einen Tag vorher. Man kann sie aber auch, und das ist das, was wir mittlerweile euch, unseren Kunden auch raten, man kann sie mit WhatsApp-Business nachverfolgen. Und das geht ganz einfach. Man speichert nämlich die Nummer des Interessenten in seinem WhatsApp-Account und schickt dann einfach einen Tag vorher eine kurze WhatsApp und fragt, ob der Termin klar geht mit der Bitte kurz bestätigen. Ja, und so stellt man klar oder so stellt man sicher, dass die Interessenten, die man vorher schon zum Termin eingeladen hat, auch wirklich nochmal, ja, schriftlich gegenbestätigen, dass sie den Termin auch wahrnehmen werden. Ja, also, terminieren, Termine absichern und dann muss man nach hinten raus natürlich auch die Leute noch abschließen. Ja, also das Verkaufsgespräch ist natürlich ja hinten raus mit das Wichtigste und da ist es einfach wichtig, dass ihr überhaupt erstmal einen Leitfaden habt, das heißt, dass ihr wisst, was ihr zu den Leuten sagt und dazu zählt nicht, ja, wie ich in anderen Videos schon gesagt habe, dass ihr ganz sicher am Verkaufen seid und über 90% Abschlussquote habt, weil ihr bis dato nur, ja, Empfehlungen abgeschlossen habt, mit anderen Worten Bestellungen entgegengenommen habt. Nein, ihr müsst wirklich einen roten Faden für das Verkaufsgespräch haben. Ja, ihr müsst erstmal mit den Leuten eine, nennen wir es mal, eine Bestandsaufnahme machen, eine kurze Analyse, müsst dann euer Produkt vorstellen und am Ende auch wirklich den Sack zumachen und dann auch darauf vorbereitet sein, mal eine unangenehme Nachfrage über euch ergehen zu lassen oder auch selber auch mal nachzufragen, um dann wirklich den Abschluss zu tätigen, ja. Es ist sehr vereinfacht dargestellt, es gibt natürlich bei uns im Mitgliederbereich Skripte, wie das funktioniert, nichtsdestotrotz, wichtig für euch festzuhalten oder wichtig für dich festzuhalten, ist es, dass es eben ein Skript geben muss, einen Leitfaden, in dem du dich langhangelst. Dass das natürlich im Eins-zu-eins-Gespräch nicht so abzulesen ist, ja. Das ist mir klar, wichtig ist aber nur, dass es überhaupt irgendwas gibt, an dem du dich überhaupt entlanghangelst und nicht irgendwie, ja, für jeden dir was Neues ausdenkst und gucke, oh, bei dem einen mache ich es so oder bei dem anderen, bei dem nächsten mache ich es wieder anders, ja. So, das ist mal so der Ablauf, den du einfach haben musst, wenn du Leads generierst, ja, wenn also ständig irgendwelche neuen Kontakte reinkommen, dann muss es ein bestimmtes System, einen bestimmten Ablauf geben, dem du einfach eins zu eins nachgehen kannst, um immer wieder auf dieselbe Art und Weise gleichartige Leads zu terminieren und abzuschließen. Jetzt kannst du natürlich nicht jeden terminieren, du kannst auch nicht jeden erreichen und deswegen ist es wichtig, dass du sogenanntes Follow-up betreibst, dass du einfach telefonisch nachfährst, ja, und dazu ist auch wieder die Liste, die ich vorhin schon genannt habe, einfach wichtig, dass du immer wieder, ja, rotieren kannst oder die Leads durchrollieren kannst und immer wieder nachfassen kannst, dass du die Notizen machst, hey, mit dem habe ich schon gesprochen, der ist gerade noch im Urlaub, hier ist noch irgendwas anderes im Argen, der hat jetzt noch eine OP, der zieht erst im November überhaupt hierher und hat sich schon eingetragen, ja, das sind alles Notizen, so grundsätzliche Informationen, die du erfassen musst, um zu wissen, was ist überhaupt mit deinen Interessenten los, was habe ich mit denen gesprochen und wenn du dann auf dieser Basis auch wieder nachfasst bei denen und die wieder anrufst, dann weit verbreitet, ihr glaubt, die Leute sind nicht genervt, nein, das sind sie nicht, sondern wenn ihr mit denen das Gespräch hattet und festgestellt habt, was mit denen ist und euch das gemerkt habt, dann sind die Leute im Gegenteil, sind sogar vielmehr positiv darüber überrascht, dass ihr nachfasst, ja, dass ihr so überzeugt seid von eurem eigenen Angebot, dass ihr die Koronnes habt, sage ich mal in Anführungsstrichen, nachzufassen, nochmal anzurufen, nachzufragen, hey, wie sieht es aus, wir hatten schon mal gesprochen, ist das Problem immer noch bei dir, was du damals hattest, willst du immer noch abnehmen, willst du immer noch fitter werden, willst du deine Rückenschmerzen loswerden, jetzt ist der Zeitpunkt, komm jetzt vorbei, ja, und wenn es dann wieder nicht klappt, dann ruf dir nochmal an, im Abstand von 6 bis 8 Wochen kann man das machen, die Leute sind nicht genervt, sondern im Gegenteil eher positiv überrascht, ja, das war mal ein kurzer Abriss dazu, wie man systematisch die ganzen Leads, die man generiert, auch dann abarbeitet und so kann man sich dann zusammenfassend, ja, halt einfach ein richtig geiles System aufbauen, von der Werbeanzeige über den Lead zum Termin, bis hin zum Verkauf und auch Follow-up und das Ganze rolliert und es kommen auf der einen Seite natürlich immer wieder neue Leads rein und so habt ihr euch mit Online-Marketing oder digitalem Marketing plus einem Systemvertrieb hinten dran, so ein richtiges, ja, so ein, wie soll man sagen, so ein Schwungrad geschaffen, was halt immer schneller wird, dadurch, dass sich immer mehr Leads in der Liste ansammeln, ihr habt immer mehr Leads auch zum Nachfassen und so wird das System immer größer und besser, wenn ihr es wirklich einfach die ganze Zeit durchgängig laufen lasst, ja, und einfach die Werbung durchlaufen lasst. Das mal dazu, das war ein ziemlich langes Video jetzt, ich hoffe, das hat euch mal ein bisschen einen Einblick gegeben, ja, wie digitales Marketing im Generellen funktioniert, wie man, was, welche Gedanken man sich machen muss, bevor man eine Werbeanzeige schaltet, wie man sie schaltet und was man dann auch mit den ganzen Leads macht. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist bis dahin. Wenn du wissen willst, wie sowas, ja, auf einfache Art und Weise funktionieren kann, ja, vielleicht auch mit unserer Hilfe, dann trag dich gern ein auf www.memberboost.de. Wir schauen dann, machen auch mit euch ein kurzes Anamnese, Anamnese, Analysegespräch, ja, gucken, ob das bei euch im Zielgebiet funktioniert, ob das Sinn macht, welche Angebote Sinn machen und zeigen euch dann nochmal wirklich im Detail, was jetzt in diesem Video einfach nicht möglich ist, wie genau das funktioniert, ja, welche Knöpfchen ihr drücken müsst und wie das am Ende des Tages bei euch im Zielgebiet, ja, sich einfach ausgeht. Vielen Dank, bis dahin, ich freue mich drauf, Servus, Ciao. 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 Ciao.